ja und was hältst du von einem Mac? Ich finde das geil konstruiert, also nicht schlecht. Hat echt heftiges Potential, muss ich sagen. Ja, ist zwar eigentlich nicht so mein Ding, aber es ist ganz gut so. Achso, ich sollte mir vielleicht meine Wappen so ausholen. Warte mal, ich bin so ein Stück. Hast du dich behindert? Oh, ich glaub mein Abzug glüht. Waffen hier drüben! Ha ha, Headshot! Mist! Was? Vergiss es! Headshot, Bro! Den kannst du ja voll einschieben! Alter, bist du ein Bisch! Genau, das gehört, ne? Ach, wir kriegen sogar Schaden hier, oder? Danke. Ach, heißt ja nicht euch in Kopfschießen, kriegt ihr Schaden? Nein, überhaupt nicht, Mann! Achso, sorry, Mann! Ich hab doch schon 97 Prozent, das reicht doch! Wir müssen überlegen, das ist dein Team! Ich komm her, Frank Nacka! Rennen! Rennen! Wir sind dein Team, Mann! Da hinten, Bibi, Bibi! Alter, es reicht mir, ne? Mann, ich schlag doch gar nicht zu! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich hab dich geworfen! Ich hab dich geworfen! Noch nicht! Nee, das war Mats mit nem Granatwerfer! Ich hab keinen Granatwerfer! Ich hab keinen Granatwerfer! Ich hab einen Schwert! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Fähne... Hör auf! Hör auf! Last man standing war hallo! Hör auf! Ja, aber richtig, Alter! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich muss mich heilen! Warte mal! Du Pender, Mann! Oh, du klar, das war ich nicht so, dann! das ist doch sinnlos, wie er sich heilen lässt von der Schlappe, ne? ich seh, du hast einen hohen Körper die Folge müsst euch angucken, du hast einen hohen Körper, Alter nein, ich werde sterben, ich werde sterben, nein Wuh, hahahahaha hey, du Penner was ein Kampf, Alter Last Man Standing Er kann nicht alleine sterben, töte ich ihn Warte, warte, warte Haha, wie geil war das denn? Nö! Ja, aber die guckt dir grad zu! Geil, oder? Was denn? Was denn? Ich helf dir hoch, ne? Und irgendwann, wenn ich keine Lust mehr hab, lass ich los. Und dann kommst du hoch, wie so ein Ragdoll-Pop-Umfeld. Das ist das, was ich vorhin meinte. Weißt du? Boah! Steckt dir den Arsch! Das ist fies, Alter, die ganze Zeit! Sch, 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 sch! Hey, hier drüben! Ach, shit! Weicheier! Ich brauch Hilfe! Etwas schießt du denn da? Granatwerfer! Entschuldigung! Nico, ein bisschen Salami? Ist nicht viel dran! Ist nicht gerade sexy! Hey! Nico, noch da? Ehrlich, was sollen da? Ja! Fühl mich top! Ok! Ja! Ja! Danke! Danke! Nein! Hätte ich doch Frust nicht gemacht, Alter! Ja, weißt du, weißt! Hahahaha! 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 Er humpelt schon! Töt ihn! Mann! Pass auf! Ja! Nein! Gib ihm jetzt! Gib ihm jetzt! Nein! 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 Gehe ihm jetzt! Niemals, Alter! Niemals! Ich muss nachladen! Weißt du, ich helfe dir auch nochmal nicht! Hahaha! Das sind... Wie viel überlebt ihr denn? Hahaha! Keine Ahnung, ich habe gerade Pöhnchen kaputtgeschnallt! Ja! 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 Toll! Warum zieht das jetzt eigentlich nichts ab, ey? Das Problem, das Problem hatte ich bei dir, Nico. Voll der Schmuh! Ich hätte dich, ich hätte auch jemand auf dich geschossen, wo ich lag. Ich heil mich mal kurz, ne? Und keiner. Ich hab 4,80 Leben, Digga. Komm her. Schwertkampf, oder was? Komm, mach, mach. Ich kann dich so nicht abknallen. Okay. Ja, gut, komm. Okay. Oh! Geil! Oh Mann! Komm mit den Teebeuteln hier. Komm, Schwertkampf, komm. Bisschen Teebeuteln. Mann, komm her jetzt hier. Ja, ich mach doch Teebeuteln. Warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Seht doch gut aus. Wie macht ihr das eigentlich? Geil. Wie macht man das? Oh ja. Diggaß. Gute Arbeit. Hey, hier drüben! Na, warte. Gute Arbeit. Ja, mach mal weiter. Ich hab grad die geile Kamerainstellung. Ja, wunderbar. Ja. Warte, 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 warte. Hier. Drama, Baby, Drama. Ja, weiter so. Wunderbar. Oh, ja. Ja. Oh, bist zum Tod, der ja. Ich mach's dir, bis du tot bist. Ich versteck. Okay. Warte. Oh, jetzt so ein bisschen, bisschen Anus knabbern hier. Hahaha. Oh, wie Niveau los. Oh, das tut so gut. Macht los weiter. Das kann ich doch nicht hochladen, ey. Ja, gut, komm. Gib ihm den Resten dann das Feierabend. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hier, seht ihr, ich bin hier Pro-Gamer. Ich glaub, ich werd mich jetzt noch mal heilen. Ja, ich würd jetzt für ne neue Abstimmung. Hahaha. Geht schon viel. Hahaha. So, das mal so nebenbei. Okay, man darf auch mal ne Runde umalbern. Ja klar, das war jetzt die ganze Folge. Hahaha. Geil, ey. So. Ich dachte grad, du willst mir schon wieder eine Mutter, ich werd da pulen. So, diesmal aber richtig hier. Waffen. Richtig, können wir das überhaupt? Die kann so lustig den Kopf aufzugeben, ne? Ja. Wie mir? Denk dann, ich hab' einen Granatwerfer. Ich würde direkt in die, ich schieße ihn aus. Bewege ich mal nicht. Ah! Warum kommst du so nah? Ah, kann. Trigger mit deinem Schild eine verbunden. Ja, aber das zieht ja nix ab. Weil wenn ich jetzt rechtlich machen, dann krieg die keinen Schaden aus. Nein. Tobi. Das ist ein richtiger Lockpit, ey. Ach, das verbraucht ja auch Power, wa? So, also ich würde sagen, wir machen weiter. Wunderbar. Gedanken lesen. Ja. Niko, schieß mal in meine Richtung. Wie kreuzen die Schwerter? Ah, das ging unendlich, Munition? Wunderbar. Nein, das ist kacke. F**k, das wird kein Spaß. Der erste Charger kommt auch schon. Nicht schlecht, Digga. Nicht schlecht. Ich habe einen Spale. Lade ihn ab! Hunter! Cheater. Ey, Sniper meine ich. Lade ihn ab! 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 Ich sehe gar nicht so die ganzen Qualen da hinten. Wo würde viewed das einigen aufmachen? Lasst mich Augenaufmachen. Wüssig! Nicht unbedingt! Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt meine AK geklaut? Ne! Das Tank... Uro, Pass auf, Tank, komm Tank, komm Tank, komm Wow fuck, warum geht der auf mich man? Dumme Drecksau Ja das kann Hahaha, voll auch die beste Geil, Alter, geil Also mit dem Granatwerfer enthängt zu killen, echt top Wo? Hier kommen die, hier kommen die Treppe hoch, die Zombies Hunter Ich hab mitgeschossen, was soll der Scheiß? So, Jockey, Jockey, Jockey! Die Kacke ist, ähm... ...an dem Granatwerfer... ...die kannst du nicht nachladen. Jetzt in die Zombies bestimmt verwirrt. Char-char! Wo, wo, wo! Verdammt, ich habe ihn nicht erwischt. Gar nicht, scheiße. Jetzt der Tod. Wunderbar. Oh, Tank. Wo? Wo ist der Tank? Weiß ich nicht. Doch, ne. Oh, warum geht der noch nicht mal die dumme Sau? Ihr habt euch gedacht, das nervt mich richtig, man! Boah, ihr pesst mich alle an, ihr scheiße! Ja, 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 ich... Hunter ist grad auf mir. Danke, Nico. Oh, oh, scheiße! Ich bin zu knicken, du Bastard, ey! Scheiß Tank! Oh, nein! Hunter hat nichts! Nein, 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 nein! Boah! Ich kann ja nicht angehen. Wir geben erst dann auf, wenn wir Gold haben! Ich meine, hallo, wie habe ich denn vor 11 Minuten hingekriegt? Wir geben erst auf, wenn wir einmal Gold haben! Ja, genau, Alter! Bis dahin zocken wir durch! Also knick nicht, ich werde noch Diamanten jagen, Alter! Was für zu? Munition! Ach ja, da war ja auch! Hier sind Gewehre! Hups! Hört auf, auf mich zu schießen! Alter! Ich warne euch, ne? Hab'n Granatwerfer! Machete! Wie geil, Alter! Wie geil, Alter! Sehr verbunden! Hey, du! Und beide Zombies killen! Hey, du gehst doch voll ab, Mann! Ach, scheiße! Sag ich doch, ein tolles Gefühl! Danke! Tolles Gefühl! Das passt irgendwie voll, oder? Ja, das tut mir echt leid. Danke, ich werde dir... Weicheier! Ja! Vergiss es! Ja! So gehört sie! Verdammte Scheiße! Das ist knietig! Hahaha! Hahaha! Verdammte Scheiße! So, ich starte, ne? Ja! Na, wunderbar! So, wo ist jetzt Munition da ganz hinten, oder? Hab's sie gegessen! Irgendwie sagt dir Nico gerade, irgendwas soll im Ding sein! Ach, hier ist Munition! Ja, hier ist Munition! Heilen die uns eigentlich auch im Hängeln? Und im... Heilen die uns im Hängeln? Ey, wo sind die Mediepastiv-Wichser? Penner, ey! Muni! Hey, wie sollen wir denn hier reinkommen in den verkackten Brunnen? In den Brunnen! Gar nicht! Ach, der geht ja nachher erst auf, stimmt ja! Fuck, ich bin runter, Alter! Nee, nicht! Und Legolas, dieser Penner, steht hier wie ein Nichtsnutz! Kopfschuss-Bastard! Wird deine Munition nicht lieber behalten? Was denn? Wird den Muni nicht lieber behalten? Die Munition ist das für weit, ey! Wie die Zombies so hochkommen und wieder runter springen! Arschlecken, Alter! Ich glaube, die Waffe behalte ich, die ist gut! Boah, ich möchte meine Daten auch gerne auf eine externe Festplatte schreiben! Hört ihr mal auf, wenn's gefummelt! Boah, Bombe! Gibt's da einen Tank? Sag jetzt doch, ein Boomer! Scheiße, auf den Boomer da ist ein Tank! Schätze! Starter! Und wieder auf mich, war ja klar! Ja! Ja, weil du auch direkt an, da dran dran bist! Ja, weil ihr mal zu mir gerankommen, die Penner! Ja, weil ihr mal zu mir gerankommen, die Penner! Oh, schön! Oh, wie soll man da jetzt denn kommen, Magal? Hey! Devoirst Rochel die Helft! Ja, die ist irgendwo ein Jockey oder? Jaa, auch Rochel! Jaa, auch Rochel! Ne, kann ich... Der ist ja grad durch die Boomer Kotze gelaufen! Hey, dich Rochel Hilfe! ein schönes Gefühl so siehst du denn schon wieder mal noch vor den Kronen kann er damit das ist die Schachter Marnie weil ich muss bei einem 4 ich komme so wohl ich will das mit der Spiele ein bisschen ja auch so viel Scheiße zu sagen, das bringt's auch nicht natürlich, jetzt wo ich gerade runterkomme, komm ich... ja warte, ich hab eine Rohrbombe gelegt das Problem ist, du hast einen Tank an der Seite scheiße, egal nein das ist hier, ey ja, so noch ein Tank, geil hab's dir doch gesagt alles nur, weil ich dir helfen wollte, du Penner scheiße, da seht ihr wie Nico gestorben ist das hat die Dreck so mich auch noch yeah, ich schaff das, ich schaff das ich schaff das, ich bin der Beste, ich schaff das ja, wie wär's mit der Auszeit? gut, ich hab Gold erreicht, ich bin der Beste wie wär's mit der Auszeit? Pause, bis zum nächsten Mal ja, würd ich sagen Pause bis zum nächsten Mal, würd ich sagen ja, meine Freunde, das war dann ganz witzig und dann, ja, vielleicht zum nächsten Mal, ne? vielleicht gibt's auch noch ne Story genau, haut rein, bis denne tschüss tschüss